Hallo ihr Lieben, heute ist der 21. Dezember und wir fangen mit dem Kreativ-Depot Adventskalender an. In dem heutigen Türchen sind es wieder zwei Stempel. Einmal so eine richtig schöne florale Kamera und der Stempel bitte lächeln. Passt auf jeden Fall richtig gut zusammen. Dann kommen wir zu meinem Türchen vom Kreativ-Bunt Adventskalender. Einmal in meinem Türchen. Das sind Stanzen von Ecopark und zwar Banner Set. Es sind insgesamt fünf Stanzen. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas sehr Praktisches. Und dann kommen wir noch zu meiner ATC. Die heutige ATC heißt Melody und sieht einmal so aus. Die ist tatsächlich, also die Stanze ist total toll mit dem Herzen. Richtig, richtig hübsch. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, die stempeln wir einmal ab und die kurbele ich euch einmal durch. So ihr Lieben, so seht ihr das einmal aus. Das ist die Stanze hier unten. Also mit einmal durchkurbeln kriegt man quasi alle drei hin, die auf dem Cover sind und hat dann noch einen Längsstreifen. Die fließen sich natürlich perfekt ausstanzen und sind auf jeden Fall ein richtig tolles Basic. Auf jeden Fall von der Schleswig-Bund bounded. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020